Hallo und herzlich willkommen! Heute gibt es mal wieder von mir ein kleines Filofaxing-Video und zwar möchte ich heute eine Woche mit euch gestalten. Das hat es echt lange nicht mehr gegeben, aber ich habe gerade sowas von Lust und deswegen... Es geht um nächste Woche und zwar vom 23. bis zum 29. Mai. Ihr seht, ich habe die original Filofax-Einlagen. Ich habe keine anderen mehr, weil ich irgendwie wenig in Filofax eintrage und deswegen gibt es nur die einfachen, weil ich mir sage, da habe ich alles drauf, da habe ich alles dran. Wenn ich was gestalten möchte, kann ich das immer noch tun. Ich habe mir überlegt, diese Stempel mal zu benutzen. Die habe ich mir gekauft bei Ideen mit Herz und lange nicht benutzt. Ihr seht, die sind ungeöffnet, aber ich liebe Stempeln irgendwie inzwischen. Ich habe auch nur noch einen kleinen Haufen Washi-Tapes und möchte gerne wieder mehr Stempeln und alles. Und ich würde jetzt sagen, ich fange einfach an, bevor ich euch zulabere. Viel Spaß beim Video! Musik 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 Life's a foolish game Do you ever feel the same? Well, maybe we can change And turn the ship another way Take less than we've been given If we move in that direction Yeah We'll find our place in this living chain We're quite the same Yeah, life's a foolish, foolish game Life's a foolish game Hey, life's a foolish game Life's a foolish game Life's a foolish game Do you ever feel the same? Well, maybe we could change Turn the ship another way Feel it in the darkness We're sailing right into those jagged cliffs Yeah Some say we've always been insane Hey, life's a foolish game Simple equation For an enclosed system Left a world gone missing Plus all our CO2 emissions April's degradation Wasting shifts and mass extinctions Oh, no But maybe we can change We sure can't stay the same Cause life's a foolish, foolish game guitar solo Much gap between us And she was just like Oh, no Or in the middle For an pleasant system They're desperate B Eat forth And she's like And she ain't It's like E Fourth E anywhere It's a lindo und das ist meine gestaltung der woche in der woche kommen meine eltern deswegen gehen wir essen wir fahren zur nordschleife fotografieren da ein bisschen es ist sehr blumig ich liebe türkis wem es nicht gefällt tut mir leid ich werde dann noch ein paar sachen hinzufügen das mache ich aber erst wenn ich das hundertprozentig weiß weil ich habe keine lust das wieder weg zu machen die page flexen von poppy planner die habe ich geschenkt bekommen hat gesehen dass man die sich schön im planer tun kann das werde ich auch gleich machen und ja ich würde mich freuen wenn ihr meinen kanal einen daumen hoch gibt dann weiß ich dass ihr noch mehr videos sehen möchtet ich gestalte ja aktuell nicht so viel im filofax die seiten vorher waren immer nur voll mit wie ich arbeiten musste wenn euch aber das gefällt wie ich meine seiten gestaltet dann tut mir gerne dann folgt gern meinen kanal abonniert mich gerne ich abonniere auch gern zurück wenn der kanal mir gefällt folgt mir auf instagram da werde ich das auch noch mal posten und ja wenn ihr zu diesen temperley ein setup video sehen möchtet dann könnt ihr auch in die info box schauen dort ist da nämlich verlinkt ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen tag tschüss